Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von God of War mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ah, zwei, seht ihr? Ich hab sie nicht alle erwischt. Drei. Da hinten ist noch einer, sehe ich gerade da aus dem Augenwinkel. Ich erwisch den letzten nicht. Hä? Hä, was ist denn das wieder hier? Da hin muss. Die muss ich alle erwischen. Hä, jetzt auf einmal. Arsch. Oh, hier ist Heilung, ne? Gut. Ich muss nochmal hier gucken, Junge. Ich glaube, ich komme jetzt an die Truhe ran. Ja. Was ist das? Gehüftrüstung. Gewöhnlich. Die ist gar nicht mal Runenkriegsgürtel. Ist gar nicht mal so verkehrt. Stärke ist dann weniger, aber Abwehr ist höher. Ach, hat jedes Teil seinen eigenen? Aha. Okay. Ich dachte, es würde Gesamtanzeigen, also die Stärke und so, für den Gesamtheit der Rüstung, aber tut's nicht. Ich probiere es mal. Mit dem Teil. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Und dann da weiter, vermute ich mal. Da ist der Junge schon. Oh, ist das schön. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, hier runter. Das haben sie schön gemacht mit dem Klettern. Was macht er? Oh nein. Wieso töten sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Dunkelheit! Liebster! Ah, ich wollte springen, aber es ging wieder nicht. Gefangenen seien Animationen hier. Tschüss. Bist du tot? Erstmal suchen wir da. Einen. Ja! Oh, wieder voll. Sehr schön. Ach so. Ich vergaß. Ich vergaß. Ich vergaß! Jawohl. Ein Blümchen. Ich höre die gar nicht. Ach da, die sind doch vor mir. Was erzählst du denn? Ah, scheiße. Wie war ich? Du musst noch viel lernen. Man lobt den Jungen doch mal, wenn er was gut macht. Du bist so ein Grumpelbock. Direkt hinterher! Vorsicht! Verreiß und Patzen! Ja, da hast du deinen Banina. Der Junge haut mir den Typen immer um. Das geht gut mit dem Sprungangriff hier. So, nächste Lichtbrücke. Komm, 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 komm. Sehr schön. Du stellst alle Wege wieder her. Ja. Macht dem Papa auch Spaß. Also mir. Ob das gerade auch Spaß macht, weiß ich nicht. Dieser alte Grumpelbock. Oh, Heilung. Brauche ich die? Nein, die brauche ich nicht. Dann lasse ich sie liegen. Was ist das hier? Hier sollen wir irgendwas machen. Den Stock einbrechen. Vielleicht hier. Soll man die alle erwischen hier, oder was? Das geht doch gar nicht. Ich kann vielleicht diese beiden hier... Nee, nicht mal die beiden. Woran hänge ich denn jetzt schon wieder? Hier. Nein, das ist nicht richtig. Nein, gib mir einen Moment. Nee, keine Chance. Was hat Papa denn noch für eine Idee hier? Aha, drei. Drei gehen weg. Drei gehen weg. Oder diese drei? Vielleicht jetzt diese zwei? Geil. Wo ist der Cursor? Da oben. Was mache ich? Nein, die nicht. Vielleicht die beiden? Nein, auch nicht. Wo hänge ich denn hier? Ach, jetzt hat der Junge mich blockiert. Der sitzt da. Ei, 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 ei. Zwei haben wir. Hier könnte ich nochmal drei. Ja, vielleicht. Ah. So. Und jetzt die drei hier. Würde ich sagen. Ja, du hast mir nicht geglaubt. Wir sollten woanders lang gehen. Ja, ja, ja. Naja. Der Vater lobt dich auch nicht. Oder selten. Oder gar nicht. Komm Junge. Jetzt sagt er nicht mal was. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Nee. Glaube ich auch nicht. Da ist was. Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifest? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, hab ich das verpasst? Mir war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Ist das schlecht? Wenn ein... Wasser! Rettner! Still! Ich hab ihn! Der Messerlumpe! Der sich da versteckt? Das war knapp. Und dann rennst du gleich los. Wieso? Der Kleine ist aber wirklich mutig. Oh, das ist so klebrig. Hier gibt es aber noch keine Nebenmissionen. Die hatten wir nur in den Rückgarten. Zurück! Die sind ja wie die Motten. Und wie viele? Den Stock zerstören und das Licht mitnehmen. Die sind wie Insekten. Was ist aus denen geworden? Wenn es fällt, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Ach, ich hab wieder verkehrt gemacht. Ich müsste... Nee, ich hab doch gez... Warum kann ich jetzt hier nicht zielen? Das ist so unlogisch. Ich muss doch werfen können. Also ich hab L... Zwei durchgezogen. Äh... Ich kann nix machen. Nein. Da sind sie. Bleib hinter mir. Ich sitze unsere Flanke. Jawohl. Tschanga. Schieß weiter, Junge. Ich mache uns den Weg frei. Ich kann nichts machen hier. Ein schmaler Weg reicht die Überzahl aus. Konzentrier dich! Konzentrier dich! Schnell! Nun mach! Ja, ich hab's. Ich hab doch... Ich hab auf den Kreis ged... Das könnt ihr doch nicht mit mir tun! Junge! Bist du verletzt? Nein! Wow! Es ist wunderschön! Ah, jetzt ist das Licht frei. Das Licht! Es lässt den ganzen Tempel erscheinen. Es ist die Quelle von allem. Jo, jetzt haben wir es freigeschalten. Hey! Es... Es singt. Ich höre... Ich höre sie! Ich hab's dir doch gesagt! Ist sie denn da drin? Mensch Junge! Das hat wehgetan. Als würde meine Hand brennen. Bleib hier. Aber ich will... Bleib hier. Setz sie nur im Notfall ein. Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten. Hm. Sie ist kein Geschenk. Trotzdem! Die Ohren... Scheiße! Das scheint zu schmerzen! Er muss das Ding da aufladen. Wo sind wir jetzt? Was ist das? Ein Beutel. Ach, hörst du sie jetzt etwa auch? Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Ach du Scheiße. Allein mit ihm. Wir wissen, wer mit ihm gemeint ist. Immer geht er vor. Nie ist er hier. Er will mich nicht und wird es nie tun. Ein armer, unglücklicher Sohn. Der sich nicht geliebt fühlt vom Vater. Und beachtet. Das ist zu Hause. Ich kenne ihn nicht. Und er erkennt mich nicht. Er will es gar nicht. Ich bin stark. Ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. War das ein Schiff? Die Torstatue und Midgard. Junge. Verzweifelte. Eine kleine verzweifelte Seele. Natürlich. Natürlich. Ich gehe jetzt einfach an ihm vorbei. Das ist aber nicht schön. Eine Brücke. Schneller geht nicht. Die, wo wir durchgebrochen sind. Ganz zu Beginn. Faye. Komm zurück! Nein! Nein! Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun. Du warst gefangen. Ich habe gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück. Also zog ich dich raus. Junge! Junge! Ich war nur einen Moment! Furt. Nein! Du warst sehr, sehr... lange, Furt! Ich wusste nicht weiter! Du hast nicht verlassen! Mal wieder! Bin ich dir egal? Ich... Das ist unmöglich. Was hat der Junge da geschnetzelt? Was hat der Kleine da geschnetzelt? Ja. Du Scheiße. Und wo ist... Kann ich da noch ran? Nein. Ich denke mal, ich muss zu dem Jungen... Ja, ich soll hier was machen. Junge! Dein Bogen! Halt ihn hoch! Sie haben Lichtpfeile erhalten. Schießen Sie sie auf Lichtkristalle, um Alfheim... Um in diesen Alfheim Licht zu verteilen. Drei Stück. Auf mein Zeichen schießt du den Pfeil in den Stein. Geklappt! Jetzt können wir unseren Rückweg antreten. Ich gucke noch mal. Fähigkeiten. Ich habe mich wieder verdrückt. Ah, das werde ich nie... Nie begreifen! Hier, hier! Was haben wir denn hier? Kann ich machen? Was ist das? Erhöhen den Schwächungseffekt. Okay. Und? Betreuungsschaden. Gut, auf jeden Fall. Das ist es mir wert. Der Junge ist eine so wertvolle Ergänzung bei dem Spiel. So gut eingebaut. Diese... Erstmal dieser Vater-Sohn-Konflikt. Die Treppe ist blockiert. Die Treppe ist blockiert. Wo ist denn hier... Ach, da ist so ein Ding dran. Habt der Papa wieder was übersehen oder so? Da liegt ein Stein. Die Treppe ist blockiert. Das ist ein Feuer. Ach, hier können wir runter. Ganz normal. Da vorne ist ein Lichtkristall. Er liegt einfach da. Vielleicht hilft er uns, diesen blöden Ort zu verlassen. Ah, mir tut das so leid mit dem Jungen. Mann, was hat der da gekämpft? Das hat man ja gesehen. Jetzt ist der Kristall aktiviert. Und? Da ist auch einer. Achso, dann muss ich das so machen. Da haben wir da hinten eine Brücke. Okay. Ach ja, jetzt ist die da oben heil. Gut. Hier wollen wir auch gar nicht hin. Hier kann ich rauf. Hier kann ich rauf. Und jetzt muss ich leider sagen... Das war's für diese Folge. Die Truhe. Die Truhe nehmen wir noch mit. Die Truhe nehmen wir noch mit. Nicht die Axt. Selten Zauber reduziert lediglicher Art Schaden durch Angriffe von Dunkelalben. Um 12%. Wie rüste ich den aus? Das ist der Griff. Das ist eine Rune, Rune, Griff. Ja. Rüstung. Fähigkeiten. Irgendwo habe ich doch hier was mit Zauber gesehen. Wie viele Punkte haben wir denn? 4.000. Schildkampf. Das sind die Ziele, Kodex, Ressourcen. Ich weiß nicht, wo ich das machen soll. Habe ich die jetzt oder habe ich die nicht? Oder ist das jetzt drin? Das wäre natürlich gut, wenn wir weniger Schaden nehmen. Wäre... Ist ja schön. Da komme ich wieder zurück. Das scheint nicht der richtige Weg zu sein. Hier muss es irgendwo weiter gehen. Hier ist aber nur die Truhengrotte oder so. Die grottige Truhe. Ja, Vogel. Ja. Tja. Der Junge weiß schon wieder am besten, wo es weiter geht. Glaub ich. Popauppig. Von hier bin ich aber gekommen. Das macht keinen Sinn, da hoch zu gehen. Glaub ich. Er geht aber noch hoch. Okay. Der Lichtkristall da ist blockiert. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Na, knobeln wir in der nächsten Folge. Ich danke mal fürs Zuschauen. Welle. Vielen Dank.